Ah! Oh mein Gott, Leute! Ich glaube, ich verwandle mich! Ich... Aaaaaah! Oh mein Gott, Leute, nein, bin ich wirklich Baby. Das kann nicht dein Ernst sein. Lasst ein Like da, um mich zurückzuverwandeln. Oh, das waren die schlimmsten 10 Sekunden meines Lebens. Aber anhand von diesem kreativen Intro merkt ihr, dass sich heute ein Typ irgendwie verwandeln wollte in deinen Igel oder was weiß ich was. Wir schauen uns die krassesten Videos der Woche an Aus dem Internet, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 3500 Likes. Let's go! Ladies and gentlemen, would you eat from here? Aaaaaah! Was? Na, Fan, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist... Aaaaaah! Was macht denn der, wenn die auf ein Date gehen, Alter? Die gehen so ins Kino, Alter, der... Dann sagt sie so... Oh Mann, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich... Ich nehme einmal Nachos, bitte. Ah, du willst Nachos? Wir brauchen keinen Dip. Alles gut, ich hab dabei. Ah, entspannt, Alter. Ich meine, wer dippt nicht aus seiner Hand raus? Wieso hat denn der da überhaupt so eine Dip-Schale? Was ist denn das, Alter? Gehst du da irgendwo in so ein Geschäft und sagst so... Nee, ich will kein Tattoo. Ich will kein Piercing. Ich will einen Nacho-Dip-Schale. Wow! Ah, okay, ihr Ding ist auf der Decke hängen geblieben. Okay. Do you ever just like the intrusive fuss, when? Bro, okay. Na, fam, Bruder, habt ihr diese Frau im Hintergrund gesehen? Bro, die guckt so und denkt sich so... Irgendwoher kenn ich das. Moment mal. Moment mal! Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich weiß nicht. Hab keinen Plan. Weiß nicht, was die meinen. Super klasse. Mayonnaise überall stark, dicker. This video makes me question, what's real or not. Okay. Dieses Video... Bitte was? Hä? Warte mal. Also, da waren... Hä? Bro, das ist zu früh. Es ist viel zu früh dafür. Alter, Leute, es ist Smalls. Ich hab... Ich hab keinen Plan, was das... Was waren das? Gibt's wirklich so eine große Tasse? Hat die so eine große Tasse? Hat die... Hat die so eine große Tasse? Oh mein Gott, Digga, der ist crazy unterwegs. Also, man sieht, der hat so eine Prothese. Und trotzdem trainiert der so seine Unterstchenkel. This is how you clean a sewer hole. Okay, so macht man ein... So einen Abfluss... Säubert man den, okay? Und jetzt kommen da ein paar Blätter raus, oder was? Äh. 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 Oh mein Gott, Digga! Wie... Wie kam das raus? Oder, okay, yo, wieso sieht das so weird aus, man, Alter? Wieso, wieso tun wir... Ich bin mir sicher, jeder, der von euch diesen Clip gerade angeschaut hat, hat daran gedacht, dass es aussieht, wie wenn dieses Loch gerade einfach kacken tut. Bro, es ist halt so. Es tut mir leid, dass ich dir das sage. Wieso, wieso denken wir, dass dieses Loch kackt, Alter, Bro? Das ist einfach nur... Es ist ein Reifen, der Dreck beseitigt hat. Wieso sah das so weird aus? Äh. Okay, ein Parkplatz. Wow, yo. No. Yo. Damn. What? Nein. Nein, ey, Bro, nein, Fam. Ah, ah, nah. Bro, ich hab nicht gelacht. Yo, no, no, no. No, 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 no. Wunder, wie dieser zweite Einkaufswagen auch noch kommt, so der erste fährt so. Gibi, ich bin frei. Bruder, und dann zwei Sekunden später. Ah, ey, du hast dein Hausenboden vergriffen. Steig nicht in den Schulboden. Bro, na, Fam, ich muss deswegen so lachen. Ey, der Typ mit seinem Auto tut mir super leid, Alter. Der tut mir super, super leid. Bruder, aber zwei Einkaufswagen across Parkplatz, Bruder, das kannst du dir nicht ausmalen, Alter. Okay, er fragt uns. So heißt's. In Australi. Iiii. Okay, das ist ein Traum, Alter. Das ist wunderschön, aber... Es sieht wunderschön aus, aber das Problem an solchen Clips ist, dass dieser Löwe irgendwo in einem mini, mini, mini kleinem Gebäude oder sowas gehalten wird, der nicht seinen Freiraum hat. Ein Löwe muss rennen, ein Löwe muss durch ganz Afrika rennen können. Wisst ihr, wie ich meine? Der muss jagen. Super traurig eigentlich, also super, super sad. Ey, ich hab die nicht ausgeladen. Hört auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein. Der Kondomkopf, Mann. Da, 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 da. Und dann kommt er. Bro, schau dir vor, der pusselt mit seinem Sträumen und der fliegt einfach durch die Luft, Alter. Der rettet die Menschen mit seinem Aufenkopf. Ich will es nicht aussprechen, denn wir sind ein Kanal. Wir bilden die Menschen und die Kinder, die hier zugucken. Und deswegen habt ihr gerade alle ins Loch reingeschaut. Das Pigeon ist using another Pigeon to get around. Bro, 500 IQ. Mad, fam. Huckipack einfach. Okay, Digga. Er ist auch Multitalent. Wie sie ihn extra runterdrücken musste. Beim nächsten Galaxy. Okay, Bro, das ist so eine Challenge, Alter. Wenn der jetzt, keine Ahnung, so und so oft trifft. Man sieht sogar, das ist in Deutschland. Da stand deutscher Text. Dein nächstes Galaxy jetzt mitmachen und gewinnen, wenn der, glaube ich, alle Bälle trifft. Aber bei solchen Dingen gewinnt man nie. Gewinn Chance null. Ja, der muss jetzt da reinwerfen. Okay. Eins, zwei. Gut. Drei. Wie, warte, was? Bro, zwei Stück musst du ja noch. Hä? Bro, what the heck, man? Alter, na, fam. Na, 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 na. Wieso schafft es dieser Typ mit Anzug? Der hat wahrscheinlich 5 Millionen auf dem Konto, aber dann so ein süßes kleines Kind, Alter, was dieses Handy wirklich verdient hätte. Der wirft daneben, oder? Ja, ja. Unfair. Nein, finde ich schlecht. Deswegen habe ich Apple und kein Samsung. Boo, Samsung. Boo. Äh. Äh. Bro, der Vogel ist getimed outed. Bro, das war ein echter Vogel, der lebte. Bro, der ist einfach in der Fortnite-Lobby. Der hängt noch drin im Ladebildschirm, Alter. Der ist noch nicht so weit. Der kommt erst gleich, Alter. Der braucht noch kurz. Jungs, seid ihr schon drin in der Runde? Oh, Mann, Digga, bei mir lädt alles noch. Oh, Mann, verflixt Vodafone. No freaking way. Was war mit seinen Lippen? Wie lustig. Oh, mein Gott. Okay, sie hat einen schlechten Tag. Bro, bei ihr weißt du, Alter, wenn ihr Kind eine Sache falsch macht, Alter. Batz. Bruder, da gibt es direkt die Schäde, ey. Oh, Mama, ja, mir ist aus, als ob ich mein Glas runtergeflogen. Batz, Alter. Bro, du kannst nicht immer so schnell schauen, sonst hast du hier einen roten Abdruck, Alter. Oh, Mama, Alter, ich habe eine 6 in Mathe. Batz, Alter. Bro, oh no. Gefährlich, fam. Okay, ich weiß nicht, was der macht, aber es sieht cool aus. Der macht mit einer Schneeschaufel einen Teppich sauber. Hä? Das habe ich gesehen, Bro. Das sind so Lampen für die Crocs, ne? Das ist super lustig. Super lustig, Digga. Das kleinste Tattoo der Welt. Bro, warum? Ich habe so viele Fragen. Die Videos gerade, es geht alles zu schnell. Was ist das jetzt? Damit kannst du den Gurt aufschneiden. Okay, bitte mach was Cooles. Pilsener, Bro. Mach was Cooles, bitte. Mach was Cooles, bitte, Bro. Mach was Cooles. Okay, er macht was Cooles. Yo, was? Digga, das sieht man ihm gar nicht an. What? Bro, der hat gerade 6 Wasserkästen oder halt so Pilzenkästen getragen. 6 Stück. Bro, I don't know, fam. Alter, das ist mir ein bisschen suspekt, Alter. Ich würde sagen, der ist nicht natural. Aber wenigstens bin ich natural. Gut, darüber reden wir nicht nochmal. Was ist denn das jetzt? Ein Typ, okay. Was? Der verwandelt sich in einen Igel? Na, fam, Bro. Das muss irgendein Film sein oder so. Na, 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 na. Bro, na, fam. Bro, da, wenn wir in einer Welt leben, wo die Typen auf einmal einen Igel verwandeln. Imagine, Alter. Auf so einem Flugzeug wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Also das Video heißt so irgendwie biochemische Waffe. Jetzt verwandelt der sich. Aber das sehe ich aus mit dem Film. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist echtes. Get ready, honey, okay? Ach, kommt da eine Taube raus, oder was? Der sagt, irgendwas fliegt da raus. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Wie süß, Alter. Aber was war das? Bro, ich glaube, super nervig. Wenn du sowas hinter deiner Wand hast, hast du ja gar keinen Bock drauf. Aber ich habe keine Ahnung, was es war. Irgend so wie so ein Meerschweinchen, Alter, Leute. Aber das war es für heute. Werde dir gefallen lassen. Like da, lasst ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Ich will sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann, oder? Tschüss.